Ja, servus Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer kleinen Runde Waffenspiel auf der Map Hijacked. Yeah, und erstmal müssen wir auf Effect Energy Drink kommen, wartet. Ah, ich glaube jetzt muss ich auf jeden Fall die Schlacht hier gewinnen, oder? Oh, live gespielt natürlich, ich bin schon wieder auf 180. Oh oh. Wo ist er, wo ist er? Nein, hehehe, okay, ich gebe es zu, ich habe schon seit zu langer Zeit kein Battlefield, ach, kein Call of Duty mehr gespielt, es ist wirklich zu lange her. Zu lange her, okay, wir könnten ja auch hier die ganze Zeit bleiben, dann kommen gleich 50.000 Gegner und töten uns erstmal. Aber das wäre auch nicht so gut, oder? Ah, jetzt haben wir den Executioner, dreh dich um, dreh dich um, komm zu mir, okay, dann gehe ich zu dem. Ah, scheiße, den Executioner oder wie das Ding auch immer heißt, kann ich überhaupt nicht leiden, ich kann damit nichts anfangen. Sehr schön. Meistens kann man sich ja eigentlich direkt wieder umdrehen, ne? Ist so eigentlich die Regel bei Call of Duty? Ja. Sehr schön, okay, den haben wir auch. Jedenfalls, in letzter Zeit kam ziemlich viel Call of Duty, ach, Battlefield 3, natürlich, heute ist der Tag der Sprachfehler. Ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie, ja. Ich habe nicht immer so viel Bock auf die ganzen Spiele und Battlefield 3 hat mir im Moment einfach mehr Spaß gemacht, es gibt keinen anderen Grund dafür. Und heute habe ich mir einfach mal gedacht, komm, nimmst du einfach mal wieder Call of Duty in die Hand und guckst, was passiert. Und eigentlich läuft es gerade ganz gut, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, ich darf das nicht mehr sagen. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, welchen Weg ich zuerst nehmen soll. Und ich habe mich für den richtigen entschieden. Yeah. Okay, gehen wir mal lieber hier lang. Schade, nur Hitmarker. Sehr schön, UAV, ziemlich hilfreich. Ohne UAV wäre es hier auf jeden Fall nicht so easy machbar. Oh, 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 oh. Sehr schön, da war er ein bisschen dumm gewesen. Er auch, he, he. Okay, kommt her, Leute. Hm. Ich überlege mir die ganze Zeit, gucken die nicht auf die UAV? Machen die das nicht? Und meistens ist es wohl nicht so. Ach komm, gehen wir einfach durch den Vorderausgang. Oder nee? Lassen wir es so. Okay. Scharfschützengewehre bin ich ja eh nicht wirklich gut drin. Kein Wunder. Naja, Scharfschützengewehre eben. Ist einfach nicht mein Ding. Ja, toll. Zweiter. Ohne, der war schon bei der letzten Waffe. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Aber er war ziemlich gut gewesen. Ja, das muss man ihm lassen. Er war ziemlich schnell auch gewesen, oder? Ach Gott. Naja, der zweite Platz auch nicht so schlecht. Und demnächst könnt ihr auch wieder damit rechnen, dass mal wieder was mit der Facecam kommen wird. Ja, im Moment ist der Akku leer und ich bin zu faul, den Akku dafür rauszuholen und aufzuladen. Das heißt, demnächst kommt auf jeden Fall wieder was mit Facecam. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Gut, aus dem Waffenspiel gehen wir raus, weiter in die Partyspiele und zocken jetzt einfach mal eine Runde einem Lauf. Gut, alles klar. Los geht's. Mal wieder Hijacked. Ich hoffe, in der nächsten Runde haben wir mal eine andere Map. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Denn Hijacked zocke ich viel zu oft. Ich kenne die Map einfach schon. Heißt aber nicht, dass ich gut spiele. Nee. Also, bevor ich heute diese Aufnahme gemacht habe, habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang kein Call of Duty mehr gespielt. Das hier ist jetzt eigentlich so meine erste Runde wieder. Deswegen, wundert euch nicht. Nee, wundert euch wirklich nicht. Hm, gehen wir rückwärts oder geradeaus? Ich würde lieber geradeaus gehen. Machen wir auch. Ah, nein, 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 nein! Okay. Sehr schön, gut. Wir warten mal kurz. Wow. Mann! Fucking Messer! Oh, gut. Gut. War das gerade ein Double Kill? War das gerade ein Double Kill gewesen? Ich glaube schon, oder? Sehr schön. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste Pisser? Sehr schön. AFK. AFK. Wie John F. Kennedy. Okay, der gabelt gerade da oben irgendwo rum. Am Campen. Hat nichts gebracht, mein Freund. Hat dir überhaupt nichts gebracht. Gutes Waffenspiel, gut. Okay, es sind im Moment nicht mehr viele übrig. Okay, der ist unter uns. Unter uns ist er. Okay. Sehr schön. Gut. Wow. Ja. Okay, er ist wieder an der Oberfläche, glaube ich. Hm. Ich will jetzt nicht mehr sterben, wisst ihr? Nicht mehr. Showdown, Buddy. Komm schon. Wo bist du? Ich habe keinen Bock, dir hinterher zu rennen. Komm schon. Komm einfach zu mir. Sehr schön. Yay. Wow. Gar nicht so schlecht, diese Runde. Bin ich überhaupt gestorben? Bin ich gestorben? Ich glaube einmal, oder? Kann das sein? Uiuiuiuiui. Super. Gefällt mir sehr gut. Ja. 9 zu 0. Ich glaube, damit kann man ziemlich gut leben. Ja, sehr gut sogar. Drei Stiche und siebenmal überlebt. Yeah. Geile Sache. Alles klar. Ich würde mal sagen, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Euch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Bam. Eim. Eim. Bis zum nächsten Mal.